Ja, da können wir nachher vielleicht nochmal quatschen, wenn wir hier fertig sind. Ja, dann kriegst du auf der Metro-Facebook-Seite, musst du ein Like geben sozusagen und dann kannst du einen Steam-Key anfordern. Okay, also gar nicht groß gewinnen, sondern richtig haben einfach anfordern. Genau. Nicht gewinnen, sondern du kriegst. Definitiv. Das ist eine coole Sache. So, 18. Nehmen wir doch die Quest noch mit. Ich glaube, der Micha kämpft da. Ja, ich bin schon fertig. Oh, Cinematic. Oh. Ich erinnere mich noch genau, es war ein schöner Tag. In meiner gewohnten Arbeit nach, als plötzlich Todesschwinge auftauchte. Ah, ja. Jetzt rachst du mir Schlag ins Gesicht versetzt. Ich kenn das Ding. Jeder erzählt seine Geschichte. Ach doch, ja. Ich hab das irgendwann mal... Oh, jetzt sind wir der Zwerg. Juhu, Zwerg spielen. Alter, was hat er... Hau dir mit der Faust jetzt weg? Na klar. Pauz. In your face, Bastard. Pauz. Muss man springen und dann eins drücken. Da stimmt irgendwas nicht. Ne, du wirst... Dreh sich um und wirst fast zurückgeportet so ein bisschen. Schlag Todesschwinge ins Gesicht. Wo ist er denn, Todesschwinge? Müssen wir hier einmal durch, oder was? Ja, erscheint. Das ist auch genial. Wir sind hier drei Zwerge, die alle gleich aussehen. Und gleich heißen. Hä? Vor allem ja, als ob der Todesschwingen ins Gesicht schlagen könnte. Klar. Ins Gesicht. In your face, Baby. Ja, nee, Metro. Hatte ich dir, glaube ich, am letzten Mal schon erzählt, ne? Mhm. Er hat es ja immer mal wieder ein bisschen weitergespielt. Das ist verdammt schwer. Was gut ist. Ja. Und es ist auch gruselig. Was auch gut ist. Unser Gewinnspiel vom zweiten Advent ist ja jetzt auch mittlerweile aufgelöst. Okay. Die Gewinner habe ich benachrichtigt. Einer hat es auch schon zugeschickt gekriegt. Das vom vierten Advent dürfte bei Ausstrahlung dieser Folge auch schon aufgelöst sein. Und vom dritten? Ja. Richtig. Trotzdem verrate ich jetzt nicht, was es ist. Und wer gewonnen hat. Ja, wer gewonnen hat, verrate ich jetzt noch nicht genau. Das ist Todesschwinge. Ach, Todesschwinge in Menschengestalt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Irgendwie suckt das aber, wenn er sich umdreht, um zuzuschlagen. Bumm. Fertig. Pauz. Pauz. Guck mal, Todesschwinge in Menschengestalt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kennst du Todesschwinge in Menschengestalt nicht? Weil sie sind. Hm. Ach, jetzt kommt dein nächster IRC-T ist ganz falsch. Hm. Es war nicht sonnig, es war bewölkt. Hm. Oh, Mann. Oh, Gott. Der feige Drache muss mich gesehen haben. Hm. Oh, je, 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 je. Ich finde dich hier den Volken, du Wurm. Hm. Der ist ja auch hart drauf. Ich entschied, die Welt so lange zu schrumpfen, wie sie die Wolken erreichen konnte. Oh, um Gottes Willen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, ich sehe nichts. Ach, jetzt. Jetzt habe ich in die Welt schrumpfen. Wolke durchstöbern. Ah, ja. Hallo? Ach, das seid ihr beide. Ja. Ich laufe mal hier zur Seite. Und wo komme ich denn jetzt in die Wolken? Dann stelle ich da den Weg hoch. Ah, die ist satt denn, du. Irgendwo muss man hier, glaube ich, hoch. Da hinten ist Feuer auf dem Eim. Hm. Da sind Wolken. Ah. Wo sind Wolken? Ach, das da? Der stirbt eins von fünf. Das noch. Nebel da rumfliegt. Ah. Blöd ist, dass man nicht wegdingsen kann irgendwie. Wekscrollen. So nah dran. Doch, noch ein bisschen geht's, aber... Ist der groß, ey. Nein, die Welt ist nur geschrumpft. Ja. Oder so. Aber springen. Springen kann er nicht. Doch schon, aber halt nicht hoch. Ne, das sind Gnome, die können nicht springen. Was aber blöd ist, ist, dass die jetzt nicht angerechnet werden. Wir brauchen jetzt 15 so Katwolken, ey. Ja, ich hab zwei von fünf. Klasse, ich hab vier von fünf. Kann ich rollen? Ne, geht ja nicht. Ne, hast du keinen Knopf für Rollen. Fünf, so. Ich bin ganz toller. Hier eine. Ja, mit Rennen gibt's ja hier auch nichts. Jetzt kann er schon, er kommt noch nicht hoch. Hm. Ach, so. Man kann sich nur Stunden handeln. Geht mir auch so. Ich will mich gar nicht wissen, was hier los war, als die Quest noch neu war und viele Leute hergerannt sind, um die zu machen. Ach, gar nichts. Es sollen viele Leute herrennen, um die zu machen. Weil die neu ist. Na und? Was weiß ich denn? Ja, wird doch keiner mehr hoch. Kaufst einen neuen Account und machst eine Auferstehung oder sowas und kriegst einen 80er-Char geschenkt. Das ist doch einfacher. Ja, ich weiß, ich hab hier auch eine 80er-Charmane auf dem Server. So, ich hab fünf. Klasse, ich find keine einzige. Guck mal hier rechts außen. Rechts außen, wo du bist? Ja. Ach, der hat Slowfall. Fällt ganz langsam runter, nur. Seht sich in der Sonne, ich sag nach oben. Hm. Oh, ich häng hier an und mach scheiße fest. Toll, oder? Jetzt kannst du die Sonne anklicken. Ja. Toll, ich laufe hier irgendwo lang. Ich seh keine. Du siehst keine Sonne? Ich ne, ich brauch immer noch drei Wolken. Todesschwingel in der Hand, wie geil ist das denn? Irgendwie glaub ich deren Geschichte nicht. Ich glaub das auch nicht ganz. Ich kenn die Story anders. Da kommt der Dritte. Och, wie weit seid ihr denn? Na, ich warte noch auf dich. Oh, ne schicke Faustwaffe. Oh, hier ist ein Elite-Mob. Keiner aufgetaucht. Haut den von mir aus weg. Moltanus? Ja. 21. Irgendwann. Oh, da warten wir, bis Dings da ist. Das kann dauern. Hast du den Dritten schon, Micha? Nee, ich hab noch nicht. Ich hab gewartet. Okay, dann warte ich auch noch. Ach was, ich mach das jetzt gleich. Jetzt müssen wir wieder alles gleichzeitig sammeln. Das ist auch blöd. Ja, mach es jetzt so. Na gut. Egneter ist Blut vom Himmel. Komm mir nicht los der Spalter raus. Ich hab... Was? Das musst du selber lesen. Ja, das ist gut. Wenn ich irgendwo diese scheiß Wolken finde. Der ist so riesig, ja. Und hängt dann irgendwelche kleinen Dingern fest. Ach so, man soll es... Ah. Wir nehmen natürlich die Ork da, aber wir sind ein Ork, ne? Hä? Ich frag nicht. Nein. Warum verlasst ihr mich? Mann, hier müssen doch irgendwo welche sein. Es steigt doch mal ein, du Nuss. Er muss noch mal draufklicken. Ich klicke da 17 Mal drauf. Ach, da oben ist eine. Ich sehe eine. Eine was? Eine Wolke. Und du bist noch bei den Wolken? Ja, immer noch. Und ich komme nicht ran. Die steigt nicht ein hier. Die steigt nicht ein. Schätzelein. Steigt doch mal in das Auto ein. Kann mich auch nicht bewegen. Die Wolke. Onkel Blizzard. Beste ist Buggy. Haben wir die gleiche ausgewählt? Hast du auch Ork Tosi genommen? Menschen. Ich habe Ork. Ja, ich sehe Wolken. Fahrzeug verlassen, was passiert dann? Jetzt. Bei mir hat es geklappt. Ja, weil ich das Fahrzeug verlassen habe wahrscheinlich. Zeig mir die Geschichte noch einmal. Auch weil ich es beide zusammen gemacht habe, hat es gebackt. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. So, ich habe jede Wolke durchsucht, aber ich konnte Todesschwinge nicht finden. In dem Augenblick wurde mir klar, er versteckt sich was in der Sonne. Und ich sah nach oben. Das Geile ist ja vor allem, ne? Jetzt sind hier alles Frauen und ein männlicher Blutelf. Ehrlich. Der Typ heißt Blutelfenverehrerin und wenn du ihn anklickst, ist es auch eine Männerstimme. Schon wieder was? Ja, das ist garantiert gewollt mit den schwulen Blutelfen. Jetzt. Ich schleuderte ihn mit aller Kraft nach Kalimdor. Ich habe ihn gerade voll durch einen Berg geschleudert. Mit Schwung. Mit Schwung. Oh, endlich. Ich habe es. Yay. WoW meets Zurück in die Zukunft. Zwei. Okay. Wirst du gleich sehen. Na, ich bin noch am Fahren. So, jetzt. Es regnete Blut vom Himmel. Ich glaube, ich habe gerade mein Motorrad ein paar Schafenbräuten gezeigt. Was will denn der verdammte Spruch der Elf? Das ist ein männlicher, ne? Vielleicht auch. Das ist mein Motorrad fliegen. Oh, Mann. Jetzt weiß ich, was ich mit zurück in die Zukunft meinte, ne? Steig ein, schätzchen. Sagst du den Blutelf? Ne, ich habe laut, ne, die war ein Nachtelf genommen. Ein Nacktelf. Ein Nacktelf. Da ist er, ja. Todesschwingel. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen Crap hier raushauen aus den Taschen Ah, schön Gut, ne? Sag mal einer, die von WoW hätten nicht auch mal ein bisschen Humor Ja doch, das ist echt gut Das ist mein Motorrad fliegen Was? Das ist echt gut Jetzt ist er da Es wäre hilfreich gewesen, früher daran zu denken Ich flog zur Spitze der Säule nördlich des Canyons Da, wo der Totenkopf ist Tatsache, das Ding kann fliegen Nicht drüber nachdenken Aber Ich krieg Kopfschmerzen Na klar, da oben steht er rum Hallo? So Todeschwingen, im Augenblick das finale Kampf war gekommen Dem Drachen werde ich einen Schlag ins Gesicht ver- ach, der Canyons Buf, genau, okay Lass es meine Geschichte, lass den Quatsch Ich hab's Trinket genommen Achso Ich hab' noch keins Und die Faustwaffe als Stärke, das auch nicht so der Knaller Ach du Scheiße Kaufe ich alles Okay Faustwaffe brauch ich nicht wirklich Deutsch Trinket Trinket, Ausdauer, Ind, ist schon mal cool Und mach dich groß Auch groß, groß ist gut Andere schrumpfen und dich vergrößern Immer So, was dat Klack So, dann haben wir's Fährt's mal weiter Ich brauch echt mal jemanden zum Verkaufen Was musst du? Meine Taschen leeren Achso Na, wo geht's denn hier? Einmal außenrum war So Und hier kannst du verkaufen Machen wir erstmal Feierabend Meinst du? Ja Gut Ich hab langsam echt Hunger Wollen wir heute wieder eine Doppelsession? Weiß ich nicht Äh, ungern, weil ich hör nach mir da great habe Und jetzt erst noch aufräumen muss Ach Ja Fangen sechs an, deswegen Nicht so Oh Gott Ich mach hier mal alles annehmen und alles abgeben Mhm, gleich Ich hab wieder mit Triebe wittert Uh, gibt so viele Quests jetzt Sie haben überhaupt noch mehr diesen Gelb Füns auch schön, dass hier im Weihnachtsbaum steht Mitten in der Wüste Mitten in der Wüste Ich hab schon was Mitten in der Wüste Ja, Tore im Wüste Ja, Tore im Wüste Ah, wir haben hier wieder kein Gasthaus, ne? Das ist wieder Panne Ja, das machen wir mal Dem weiter Allein hin Ja, dass der Gast wird, also müsste es ja hier funktionieren Ich geh mal das Zelt Was ist hier sogar ein Briefkasten? Dann krabbel mal in seinen Weg, Wamm So riesiger, dicker Briefkasten Was hab ich denn für'n Helm auf, Alter? Und Tatsache, es funktioniert Was hab ich denn für'n... Wo kommt denn der Helm her? Hä? Ich hab auch so'n Helm auf Hä? Was ist das denn? Ähm, haben wir irgendeine Quest angenommen, das... Ja, wahrscheinlich, der Zwerg hat nämlich auch so'n Ding auf Guck mal, wir haben auch Begleiter Eric Olaf da Olaf, Eric Und Bellok, ne, Bellok ist... Ja, dann mach mal Platz da halt, zählt ich auch noch rein hier Also wir haben nur noch ein mitad, ne? Weil die ganzen Begleitern kommen mit... Jeder hat drei Ja, das ist neun Schick Ja, kommt mal alle raus, dann sieht man das Dann sieht man, wie jeder seine Begleiter hat Zack Bett Schön, ne? Wollen wir mal, klasse Das Zelt ist ein bisschen zu klein für uns Ach! Das ist der kleinsten Hütte So, komm mit wir können das mal beenden, bevor wir da, ach. So, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ja, immer wieder, gerne. Mal sehen, wie wir mal wieder aufnehmen können. Ja, frohe Weihnachten und schönen Weltuntergang. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage, schönes Silvester mittlerweile vielleicht auch. Schönen Weltuntergang. Schönen Weltuntergang, den werden wir dann gehabt haben. Ich lade die Folgen vorher hoch, damit es sich lohnt. Gut. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.